Also Kiddo hat geschrieben, sehr gut, dass wir Passive-Aggressive besiegt haben, wir sollen so weitermachen. Und insbesondere T-Ball. Okay, ist er stolz? Ja, er ist auch stolz, hat er geschrieben. Auch auf mich oder soll ich sterben? Auf dich, auf dich. Besonders. Ah, besonders. Ja, ja. Wo ist er denn? Ah, hier kommt einer zum Pfeiler. Ich werde mal kurz globalen für YouTube. Ja, okay, dann gehe ich nicht mit, Ivano, dann lasse ich die kleine. Ohohohohoho, 104k, 108k. Ja, willkommen auf YouTube. Geil. Sniper sind schon immer gut. Okay, ich bin mit da. Lass mal nicht auf Popolus gehen, sonst supportet der mich wieder. Nee, ich gehe sowieso nicht so gerne auf den. Nein. Das hilft mir auch immer. Ich gehe nur auf den. Also ja, wenn es muss, dann schon, aber... ist jetzt nicht mein target hier kiri kiri schon eher wer ist das weiß ich nicht aber der geht auch immer auf immer noch die zielbäude ja erhältlich hätte ich vielleicht mal gerade ich bin bei der wir waren und nicht so ein ganz schön damage hier naja ja ihr müsst den den bürstexer hinten weg machen der haut auf uns alle rein ich glaube auch ja ich muss den pt erst mal pt ist weg bürstexer welchen denn das ist ein heiler wechsel aber ich kann nicht so weit vorgehen da ist der heiler schuld hätte ich gesagt die ecke greifen ja da kommt aber jemand hinter der jetzt alle auf mir raus bin wieder um die ecke für youtube youtube alle auf mir ist schon alles was ich hab ja alles grund was ich hab einmal sterben ist nicht so schlimm okay der starren bin abletzt das ist mal liebe ihn als jeden was mit meinem gard alter ja gut der gard war auch drauf brauche ich mal als hiel jager ja komm mit auf die zieler ja ich bin gestunnt jetzt gehen sie wieder auf miwano ja schuld läuft bin wieder gestunnt ich überlebe das nicht hab ich den texter gekreiftet alles gut konnte das punkten es ist doch mal hier action ich habe mich jetzt gleich selber hoch ein jahre zu helfen wo die loswürste noch mehr ich kann gar nicht mehr hoch wie viel range der menschen die dann mal sie können wieder kulte zwei sekunden alte verwalter weil ich kann auch probieren nur auf die range zu gehen aber ich würde dann lebe ich nicht lange ich versuche auf den sniper zu gehen aber dafür heilung ist dann wieder uns dann hey der exe ist gefäßt gewalkt gefäßt gewalkt hat sich rausgerollt ich kann mich leider nicht bewegen und warum kugel ich bin gleich okay dann hat mich dachte er noch mich aber ich habe Ich hab ihn schon gepullt, ne, hab ich nicht beim Stun Nice Stun, Gizik Ich muss doch mal Christy da helfen hier, wo ist die Warnung? Vorne, vorne Ich denke, Ada Der hat mich hoch, Aga Die Warnung reicht rein Ah, hat Gart und Hintersprung Ja, die stehen da mit 8 Mann, ne, das wird schwer da rein zu springen für mich Ich muss kurz cool an uns warten zumindest Und nen Tank Ich hab nix mehr Ja, ich kann da nicht reingehen, wir müssen warten, bis das Team hier mitspielt hier Hab dich zu mir gepullt, gibt dir noch ne Bubble? Boah, kann nicht laufen Boah, das ist schon echt räudig, ey Hier Bring es dann, Dagger Nächster gepullt Nächster gepullt Ja Na, Wechsel geht, Blitze, keine Bubble Ja Oh, bye, bye, bye Jetzt bin ich gestunnt Wir haben zwei Sniper, welcher ist denn der schlimme von denen? Oh, ich sterbe Etox Ah, okay, ja Ich glaub, ich bin in der nächsten 10 Sekunden, kann ich mich aber hochheilen 10 Sekunden, ja Runde ist auch gleich vorbei hier Ich bin wieder auf Etox, aber der kriegt Heilung Oh, oh Wir kommen wieder Sie sind total tot, ne? Habt ihr noch gegeben, was ich hatte, aber... Ja, ihr habt gecheckt, dass ihr alle gestorben seid, dann wär ich nicht rein Ja, ich... Die waren nicht, ihr wart beim Pfeiler, oder? Mh, ne Ich bin wieder auf Etox Wart ihr tot, oder wart ihr beim Pfeiler? Komm jetzt hier rein, Alter Komm jetzt hier rein, Aga Team geht Pfeiler, ne? Aga, Kasich, wart ihr grad Pfeiler, oder? Nein Okay, jetzt Ich hab gedacht, ihr wart beim Pfeiler Ja Ja, wir sind 4 gegen 8 hier, ne? Aga ist down, ey Der nächste Lich Komm gleich, Ura Komm, ich geh hier küssig Äh, ich hab nix mehr Aga Der... Warte, du frisst so viel, Alter Das ist super schlimm Ja, ja, das ist doch mal, ja Das ist halt Der YouTube Scheißmann Alle wollen mal in so'n Video auftauchen Was ich aber nicht verstehe, weil wenn ich sterbe Ja? Wir sind ja nicht im Video Na? Das musst du denen mal sagen Ich glaub, soweit hab ich noch gar je nachgetaucht Nö Nimm mal hier so'n Hektar hier raus Die ist dann Au, Aga, das sind jetzt noch nichts Rausgezogen Ich hab rausgefordert und gestorben Wachtwürgen besiegt, wenn ich rausgefordert hab Lieber Hanne Hm Ich bin wieder auf eTox zur verheilung dann muss man ein paar probieren gleich alles gut wir sind halt nur fügen ab thema die los volks hier noch mehr was das was das auch gar nicht so gut ja die sind so richtig gut mein letztes mal schon aufgefallen ja und ja und wie es alle gut machen wenn ich kann mich gar nicht bewegen la 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 und ab und ich bin tot bei der Ich glaube, eh? ja itox hat die ganze zeit so viel heilung gartner da aber jetzt jetzt schreibt er vielleicht stört wie es auch wir jetzt geht's ich krieg so rein blitz geht kommen jetzt ist es dann ich kann zurückkommen die talks läuft weg angst aber die frontline ist am aufräumen ja müsste mal die rangers weg machen dann haben die auch noch drei melees nach ein bisschen viel blitz das war's blitz geht noch mal das war das problem Du bist aber auch fünfmal gestorben, der Zweitplatzierte nicht. Christina, der ist ja lächerlich, was die heilt. Die Hälfte von dem, was ich geheilt habe. Das habe ich natürlich auch mal gegeben, weil die mich geheilt hat. Ja, Christina ist nicht gut. Wechsel, Loriana Show. Bis zum nächsten Mal.